Die Kugel-Lauf Die Kugel-Lauf Sie finden, dass sie die Tube-Boys sind vorne Die Wurde vom Gefühle auf der 2 Hier haben wir auf der 2. Die Kugel-Lauf Die Kugel-Lauf Die Kugel-Lauf Jetzt der nächste Angriff am Kurvenausgang Die Kümmer noch Kopf an Kopf die Kugel-Wahrzeug unterlegt Die Kugel-Lauf Nach dem Kugel-Lauf Ein passend auf der 2. Die Kugel-Lauf Nach dem Kugel-Lauf Terrenfein zurück Die Kugel-Lauf Nach dem Kugel-Lauf Sie müssen jetzt noch einmal angreifen Das machen sie aus Stockler Team Extreme geht Auf den Erdwahl auf Doppelped Noch keine Entscheidungs- Immer noch vom Roller vorne in die Jupe! Die Schmerz ist dann auch auf der Aufruf! Bleckscharks Neuschülle auf 3! Und die Wurdevorste! Busslitz! Bauer herrlich! Dann ist die Nachfrage! Die Schmerz sind erneut sich nach vorne zu kämpfen! Schieben wir hier erstmal die Bleckscharks Neuschülle zur Seite! Die drehen sich in die Schikane rein und fallen auf den letzten Platz zurück! Erneute ein Grün von Brem! Die Türbeut werden in der letzten Runde Sturm rüber, über hau Sturm, hoch, hoch Rüstung, 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 Rüstung. Der ist ein Blick von den Seifern! Können sie hier vielleicht noch einen zweiten Platz holen. Da gehts noch einmal aus dem Chicano-Hausland in die Reihe rein. Richtig, richtig spannend. Die Flugbekämpfer werden immer langsamer. Wie wollen wir uns? Ja!